Entschuldigen Brauchst du TV-Melder? Gehen Sie mir kurz was in die Kamera sprechen Du schießt in die Kamera Du hast kein TV-Melder? Na kurz was reinspringen Was soll ich sagen? I approve this message Und der Aumen hoch ist super dabei Bist du mir 10 Euro? Dann machen wir 5 10 Euro? Ja ok 10 10 Euro? Ja gut 10 Ich sag 10 Euro I approve this message Sehr gut danke Ok Super Super Super